Das Schöne ist, ich fahr den Trott nicht ganz alleine. Den trägt Melanie nämlich jetzt auch. Da freue ich mich. Melanie, komm. Hier bin ich. So, Meister, schwimmen wir gleich nochmal. So Leute, habt ihr es gesehen? Melanie ist auch gesprungen. Super. Es kann nur besser werden. 2021. Unser Jahr. Vielen Dank für's Zuschauen. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! Ich hoffe euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch hat Spaß gemacht.